ich habe jetzt alle fertig gerendert aber noch nicht alle hochgeladen also aber ein paar schon mal wieder den schwung der gestern abend schon fertig war und dann habe ich über nacht auch noch die restlichen laufen lassen und es hat diesmal funktioniert jetzt haben wir unser clubhouse auch noch mal sehr schön sehr schön ich weiß ja nicht eigentlich ja eigentlich finde ich das ist gar nicht so schlecht ich nehme noch mal den glasen wir haben auch ein einraum objektiv deswegen kugelsülf fiddlestin und der kornel santos jetzt haben wir drei drei speed operator das knallt naja mal sehen so wird es nichts mit einem schnellen 3-0 wird es ein langsames 3-0 wenn wir warten müssen aber 3-0 ist so lange es beim 3-0 bleibt es ist schon mal ganz okay da könnte man da nicht hier oben aufmachen kann und du da reingelassen kannst du zu sagen ich weiß nicht die haben auf jeden fall keinen den sie verstrommen und ich kann auch nicht muten sehr schön das heißt das heißt besser sogar unten aufmachen die wände das kriege ich hin weil mit glas kann ich auch wenn ein bisschen gesmoked ist oder so oder wenn einer oben hinter der ich brauche da nur gucklöcher machen ich würde jetzt nichts durchgehen oder located proceed with location schon position wissen wir so ein bisschen hier auf dem dach gegenüber okay sich noch wunsch ist daneben noch vielleicht kannst du ganz rechts da ich habe ich habe schon was alles hier hinten rausgekommen aus dem strip club so leicht nicht irgendwo schießt da einer auf mich koma verbrüstung ist einer vielleicht andersrum durch die tür in die garage reingucken sollen ja das war jetzt einfach doof dass der jetzt ich da so weg geholt hat ja aber das ist halt auch diese man die türen angreift dann ist das halt so ein bisschen um in den rücken zu fallen das war eigentlich auch so ein bisschen zu erwarten durch die tür kann man ja auch rein smoken und schon mal oben auf dings und unten ein bisschen gucken die falsche angriffsseite und dann erst danach irgendwann rum wenn sie unter druck kommen und sich wieder ein bisschen zurückziehen hat ja ganz gut funktioniert ich wollte jetzt durch die tür angreifen hätte jetzt von da noch ein bisschen frankiert aber da war ich dann zu lahmarschig ich weiß ja auch gut dass es nicht mehr nötig ist wenn er die rüstung hinlegt er legt die immer erst ein meter über dem boden hin und wenn er fertig ist steht sie plötzlich unten ja da siehst du mal dass das eine animation ist das andere objekt die scheiß drohne hier nicht unsterblich gewesen ich meine wände noch für lauter schreck hier ich gehe mal ins stripclub da fühle ich mich am wohlsten als kamera ich gehe mal als verstärkung her ich gehe draus in der ecke schießt da haben sie band aufgemacht hat auch die tür aufgemacht die tür zum flur ist auch auf die drohne du wirst lachen ich sehe keinen ach kann man andersrum der bug ja kam jetzt zu einer reine bei den ja komisch weil normalerweise beim matchpoint spielen ja keiner nachrückt ja vielleicht weil es noch die alte runde war sozusagen und damit noch nicht offiziell 2 0 was ich meine aber der counter lief ja eben schon und so also ist ja schon die auswahlphase aber wer weiß der reist hat jetzt macht jetzt drei erstes nacheinander und dann ist gut der eine tut vielleicht noch so war auf der road map für das 3 0 so viel der schutz uns nicht mehr aus der hand nehmen lassen sonst wird es zu spät ja dann ist der gunnar morgen bei der arbeit mit augenringen sitzen oder ich nick irgendwann ein und mein tisch tisch knallt auf den kopf genau mit auf dem raum absteres ich fahre ich mal andersrum und versuch es mal oben rum switch hat die selbe idee eigentlich auch blöd mit den löchern wenn man überlegt das muss ja arsch kalt sein im winter fußkalt wenn da überall so löcher in der wand unten sind die haben die fenster aufgelassen es war aber keiner es war aber keiner hier im geldraum da bin ich nur kurz durchgefahren aber ich glaube nicht ne also eben zumindest nicht kann sich ja jederzeit ändern ja der angelo legt da schon los das ist Ah, hier ist ein Mute. Da kann ich nicht. Ich drohne mal rein hier in den Kraftraum. Die ersten zwei Wände sind verstärkt, hinten durch auf dem Flur ist einer. Ach, wir haben gar nicht unseren Angriff über den Dings gemacht, scheiße und jetzt habe ich keine Ladung mehr. Ich weiß nicht, liegt hier eine Frustfalle oder sowas? Äh, Sekunde. Ne, Cup kann auch nicht. Haben. Ok. Ich kann hier die Wand aufmachen. Ja. Scheiße. Wo sind sie? Ist man nicht. Ne. Scheiße, dass ich keine Ladung mehr habe. Ich kann jetzt hier das Bad nicht aufmachen. Warte, ich kann der aber nicht. Oh, ich bin von draußen erschossen worden. Scheiße. Vom Geldraum. Ich glaube einer ist da hinten in dem anderen. Einer ist auch im Bad, aber das kann ich leider nicht mehr aufmachen, weil ich halt gestorben bin. Wenn du reingehst, direkt links ist das Bad aufmachen. Ja. Secure the container. Securing the container. Nice. Den habe ich durch das Loch gesehen. Der andere beim Downstate. Gießt hat sich bewegt und einfach drauf geholzt. 3-0, passt doch. Wie angekündigt. Nie bestellt, so geliefert. Und der Angelo Beest hat sich noch etwas gefährlicher geworden, als ich gedacht hätte. In der einen Runde. Aber trotzdem Loops, keine Chance gegen uns. Gegen uns dritt und fünft Plätzler. Ja, aber das ist ja immer eine Teamleistung, ne? Wenn man auf dem dritten oder fünften ist es eine Teamleistung, wenn man auf dem ersten ist es eine Einzelleistung. Richtig. Was das System durchschaut. Ja. Ja. Ja.